Jo Leute, willkommen in der ersten smarten Pizzeria! Wie geil ist das denn? Alles automatisiert! Du wählst einfach deine Pizza aus und der Automat weiß Bescheid! Du kannst ihm sogar zusehen! Deine Pizza brutzelt bei 300 Grad. Und dann ist sie auch schon fertig! Puh, Vorsicht, heiß! Schmeckt's? Ja! Und mir natürlich auch! Cool!